Nein, die machen dann so Tränke auf die rauf und sperren die irgendwo ein und dann werden sie nachher gute Villager. Achso. Und so haben sie die ja auch in unser Dorf denn früher reinbekommen, solche. Achso. Aber das weiß ich nicht, ich kann das nicht. Ja gut, dann müsste man erst mal diese Tränke herstellen. Genau. Oh, ein Creeper. Oh. Ich logg den mal zu uns, ne? Nein. Bleib, wo du bist. So. Ein Creeper weniger. Aber einer kommt ja selten allein. Ja. Das ist hier ganz schön groß. Ja. Ich werde dich nie wieder sehen. Oh, Skelett. Shooter-Duell. Oh. Aua. Scheiße, ich bin irgendwo runtergefallen. Nein. Ähm, okay, wir werden uns nie wieder sehen. Doch. Aua. Jetzt kommt mir der auch noch hinterher. Der Drecksack hier. Ah, ich habe irgendwo kurz deinen Namen gesehen. Irgendwo. Einmal hin. Irgendwo in der Dunkelheit. Ich wäsche gerade mal die Lava. Ich wäsche gerade mal die Lava. Ah, ich glaube, du kommst... Nee. Nee, kommst nicht von da. Ach so, jetzt bin ich auf Höhe 11. So. Jetzt sieht man ja auch wieder was. Ah, da kommst du ja her. Hallo. Ach so, ich dachte, jetzt wird es hier noch spannender. Soll das heißen, ich bin nicht spannend? Oh, jetzt bin ich doof. Ich wollte essen. Es ist ja noch nicht fertig hier. Es ist ja... Ich bin ja hier auch gelandet dadurch, dass ich runtergefallen bin. Ja. Hier ist wieder ein Lapi. Sogar zwei. Drei. Oh, hier ist wieder so eine Bleche. Eine verdächtige. Ja. Und noch mehr Lapi. So. Wow, ein Eisenblock. Ist ja echt cool groß hier. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist eine riesige Dingens mit der Schlucht und allem drum und dran. Ja. Wasser. Bäh. Ah, toll. Ich sehe nichts. So. Wasser ist weg. Beziehungsweise ist gleich weg. Hier ist noch Eisen. Wenn du dir das gönnen möchtest. Jetzt hat man ja schon bald zu viel. Na toll, hier ist Ende Gelände. Ja. Okay, dann nehme ich das Eisen mit. Ja, aber manchmal lohnt sich auch mal das Weitergraben, ne? Ja, das stimmt. Hey. Okay, das stimmt. Aber leider nur manchmal. Ja. Aber die Höhe ist jetzt auch ungünstig. 32. Okay. Wir müssen wieder weiter runter. Okay. Dann machen wir das doch. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Ja. Vielleicht geht es ja irgendwo runter. Mach hier mal eine Fackel hin, einfach, damit ich weiß, falls ich dann irgendwann mal wieder im Let's Play hier lande. Ja. Mal ganz alleine oder so. Ja. Mehr Kohle nehme ich nicht mit. So, jetzt sind wir auf 15. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen tiefer, ne? Ja, hier geht es aber auch noch tiefer. Mhm. 13. Dann gehen wir doch mal da vorne gucken. Hier so. Ja. Jetzt sind wir hier. Hier könnten wir uns jetzt nochmal so Gänge graben. Okay. Dann machen wir das. Wollen wir hier so in die Richtung? Äh, ja. Ich glaube, es spielt keine Rolle, ne? Eigentlich. Ich gehe mal ein bisschen weiter rüber. Mhm. Ich mache mal... Ab hier. So müssen wir eigentlich den idealen Abstand haben, glaube ich. Buddel, buddel, buddel. So, Licht. Ja, deine Community ist wohl keine Frühaufsteher-Community. Nee, bestimmt nicht. Oder die hängen alle an ihrem Tablet. Ja, oder die haben auch gar kein Twitch, kann ja auch sein. Ja gut, man muss ja kein Twitch haben, um es zu gucken. Nee. Ja. So. Sehe ich immer deinen Namen. Das ist ja niedlich. Ja, ich bin ja nicht weit weg. Verlieren wir uns ja wenigstens nicht. Ja. Wir wissen zwar wahrscheinlich nicht mehr, wie wir nach Hause kommen, aber wir verlieren uns wenigstens nicht. Aber wir hätten uns ja auch mal den Spawn-Dings merken können, die Koordinaten. Das Problem ist halt auch, wenn wir... Ne, du hast ja gesagt, bis elf. Ja. Dann müssten wir vielleicht gucken, dass wir bis dann dann irgendwie nach Hause finden, ne? Ja. Weil, ja, es sei denn, wir würden dann halt die nächste Aufnahme auch wieder ziemlich sicher zusammen machen, aber... Ja, ja. Oh, hier ist wieder Lava. Lava, lava, lava. Ach so, du... Wahrscheinlich gehst du genau elegant daneben vorbei. Vielleicht. Ist doch gut. Wenn du Glück hast. So, ich mach hier mal ein bisschen weg. Oh, Spitzhacke ist kaputt. Und mein Spiel leckt. Aber eine habe ich noch. Oh, nee. Weißt du, was das doof ist? Jetzt geht's wieder. Das doof ist, ich habe jetzt all mein Holz in der Kiste. Ich habe was. Ah, okay. Hi. Kuckuck. Ich gebe dir mal was ab. Ja, oder wir bauen dann irgendwo wieder so ein Crafting-Ding uns hin. Das würde schon reichen. Weil Stickies habe ich noch ein paar. Oh, mein Spiel hat gerade Lack. Okay. Der Bildschirm bewegt sich nicht mehr. Oha. Oha. Das ist ja ein Skandal. Jetzt hat er ab und zu mal so eine Aussätze. Okay. Weil er halt auch nicht der neueste Rechner ist. Ja, das... Oh, bei mir steht hier bei Twitch, die Übertragung wurde beendet. Nee, bei mir läuft's. Jetzt sehe ich dein Gesicht. Doch, jetzt geht's wieder. Bei mir läuft das schon die ganze Zeit. Also, ich weiß nicht, ob's vielleicht mal zwischendrin irgendwie ein Problem gab oder so, aber... Ja. Auch wenn ich hier... Ich kann ja hier verworfene Frames gucken auf meinem Programm hier. Ja. Und da ist null. Also, von daher müsste es eigentlich in der Theorie passen. Ja, ich muss, glaube ich, mal meinen Techniker holen, du. Ja, dann, äh, tu das. Na? Kleinen Moment denn mal. Dein Techniker. Oh, shit. Ah, so geht's zwar. Oh, Gott. Ich hab hier ne tolle Lichtquelle. Aber sie ist gerade weg, deswegen kann ich sie nicht zeigen. Oh, hier haben wir Wasser. Und wieder Hülle. Okay. Ähm. Ja, ich grabe mal weiter. Bis die Biene mit ihrem Techniker wieder zurück ist. So. Wie viele Stickies habe ich denn dabei? 34? Ja, das gibt noch ein paar Fackeln. Das ist ganz gut. Oh, oh. Hallo? So. Wenigstens ein bisschen Licht. Und weiter geht's. Hm. Hm, 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 hm. Jetzt ist hier schon wieder die Hülle. Mann. Das ist schon mühsam. Hm. Nehm ich mit. So. Tö, 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 tö. Ist irgendwie merkwürdig, ohne Musik zu spielen. Okay. Wir grauen hier weiter. Wo war das hier? So. Fackeln habe ich auch nicht mehr so viele. Oh, Gold. Nett, nett. Oh, ziemlich viel Gold sogar. Cool. Auch wenn ich lieber Diamanten hätte. Aber okay. Man muss, äh, genießen, was man kriegt. Quasi. So, Licht. Und weiter. Mal gucken, wann die Biene wieder da ist. Ich fühle mich ein bisschen einsam gerade. Hm, 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 hm. Aber ich bin mir sicher, wir finden nie wieder nach Hause. Nie wieder. So, ich bin wieder da. Ich muss neu starten. Und ich höre Zombies. Oh, oh. Und mir geht langsam so ein bisschen alles aus. Und ich habe eine wunderschöne Lampe entdeckt auf meinem Weg. Was hast du entdeckt? Eine Lampe, eine Lichtquelle. Die war wunderschön. Aha. Sehr elegant. Und hatte mit meinem besten Freund zu tun. Ja. Erst kam der Schock und dann so, oh, so ist aber okay. So, ich begebe mich mal langsam zurück. Nee, ist mal da abgestürzt. Meine Spitzhacke ist kaputt oder so gut wie kaputt. Ich muss Minecraft neu starten. Headset ist super, ne? Ja. Wenn du mich meinst, ja. Ja. Ach, ja, war Spaktrum. Noch sehe ich deinen Namen. Ach, schön. Jetzt bist du raus. Ach, du hast, hast du da Holz hingeworfen? Wollte ich vielleicht gerade. Ja, da lag Holz. Okay, ich mache mal hier. Äh? Ach so. Klar. Äh, so. Zack, 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 zack. Dann mache ich hier mal so eine Tablett. So, schön, dann kann ich mir ja hier wieder ein bisschen was machen. Ach nee, Eisen habe ich keins. Dann müsste ich noch, okay, ich mache einen Ofen hier. Ja. Wir haben ja jetzt alles dabei. Mir hat ja eigentlich nur das Holz gefehlt. Ja. Um hier was zu machen. Deswegen Dankeschön. Dankeschön. So, das kommt hier rein und dann mache ich mal so. Du wirst hier wahrscheinlich auch bald wieder kommen. Dann friert dann einfach der Bildschirm ein, oder was? Ja, genau. Aber nur vom Spiel oder gesamthaft? Nee, nur vom Spiel. Okay. So, ich habe mal was in den Chat geschrieben. Kannst du es sehen? Äh, ja. Hallo und Smiley und ein Daumen hoch. Ja. So. Gleich habe ich hier ein bisschen Eisen. Das ist super. Ich überlege sogar, ob ich hier nochmal eine Kiste hin mache, obwohl das macht ja nicht viel Sinn. Nee. Dann schmeiße ich besser mal ein paar Sachen raus, die ich eh nicht brauche. Ja. Ach, eine Stunde haben wir jetzt schon, ne? Ja, ungefähr, ja. Also die Aufnahme alleine ist so 57 Minuten. Na, guck. Das heißt, schon eine Woche Minecraft folgen. Nein, echt? Ja, kommen ja drei pro Woche. Ja. Hat 20 Minuten, das gibt, äh... Ah, cool. Guck, guck. Falls du hier was braten, äh, braten, äh, schmelzen willst, äh, kannst du ja nachher auch hier reinlegen. Waren wir da hinten schon? Äh, nee. Wir waren ja hier, wir waren ja am geradeaus buddeln. Gehen wir da doch mal ein bisschen Action. Oh, da geht's auch wieder hoch. Das ist ja... Ich find's ja lustig, dass bei meinem Texturenpack auf dem Helm hinten drauf CH steht. Auf wem sagst du? Auf meinem Helm? Ja. Also du, ich seh ja mein Texturenpack, ne? Ja, richtig. Und da ist immer ein CH hinten drauf. Find ich gut. Na. Dann bist du jetzt offiziell auch eine Schweizerin. Ja. Ich hol ja voll die Lava. Mhm. Ach ja, meine, meine schöne Lampe musst du da noch gucken. Ach so, ja. So, mein Eisen ist gleich fertig. Noch eine. Noch ein Klumpen. Die Frage ist halt, ab wann wollen wir versuchen, irgendwie zurückzufinden? Hier geht's auch wieder hoch. So, ich schmeiß das Gold auch mal rein. Guck mal hier hinten. Hier hab ich ja gebuddelt. Wenn du da weiterläufst... Boah. Und hier sieht man's schon. Da hatte ich kurz Angst. Ja. Ganz kurz. Als ich dann bemerkt habe, dass sie nicht zu mir rüberkommt, war ich glücklich. Mhm. So, ich mach hier mal noch ein Kohleding ins Rhein. Dann lass ich da das Gold noch machen. Na komm. So, jetzt. Ach ja, oh. Da ist ja was Schönes. Boah. Ich hab vergessen, mir eine Spitzhacke zu machen, Mann. Oh. Ich mach mal zwei. Das reicht erst mal. Oh, hier gibt's bestimmt irgendwo Dias. Ja, gibt's. Ich hab hier schon eine gefunden. Einen hab ich gefunden. Ich will auch welche... Und. Ja, da ist ja... Oh. Und, dass du mir überhaupt aber unser Teil des Lebens Precisens stack. Ich mach mal zum Tod. Also gehst du mich mal da fest. Auf cringe. Ja, ich mach mal mir Chen. ... Und... Ja. Deine haben, ich habe hier margins. Da ist sehr ein bisschen vorherrsDesЛz. THIS real. Untertitelung des ZDF, 2020